Ja, hallo. Ein Mitglied von WIR 2020 EU hat sozusagen unsere Anregung aufgegriffen, das Wahlprogramm schon genauso zu gestalten wie den ersten Volksentscheid nach dem Wahlerfolg. Also Wahlprogramm ist gleich, erster Volksentscheid nach dem Wahlerfolg. Denn das Dilemma ist ja, dass es sehr schwierig ist, bei der Auswahl der Neumitglieder darauf zu achten, dass eine repräsentative Wählerstichprobe innerhalb der Partei entsteht. Das wird meistens nicht gelingen. Hat man aber trotzdem den unbedingten Willen, dazu wirklich demokratisch vorzugehen und will man sich tatsächlich nach der demokratischen Entscheidung der Mehrheit der Gesellschaft oder der Mehrheiten in der Gesellschaft richten, sozusagen. Dann bleibt eben nichts anderes übrig, als dass die neue Partei der Zukunft, die neue große Volkspartei der Zukunft grundsätzlich ihre Wahlprogramme als Volksentscheide schreibt. Denn alle neuen Parteien wollen ja auch das Element des Volksentscheides. Auch die Next Scientists for Future haben ja bei ihrer sogenannten Demokratisierungskette auch als eines der Elemente regelmäßige Volksentscheide. Neben mehreren anderen Neudemokratisierungselementen sozusagen. Und von daher, ja, schauen wir es uns mal an. Also, heute geht es also bei den Nachrichten zu Bakti, Füllmich, Schiffmann, Köhnlein, Reuter, Rosen eben darum, wie könnten sie die Parteien retten noch, dass es nicht eine schlimme Wahlniederlage gibt jetzt in Baden-Württemberg, sondern wie kann man vielleicht noch in einem großen Endspurt, wenn jetzt alle an einem Strang ziehen würden, wie kann man es vielleicht schaffen, dass man doch noch die 5,0 Prozent erreicht, indem man endlich hundertprozentig mit den Next Scientists for Future zusammenarbeitet. Schauen wir es uns mal an, was sozusagen, wie so ein Vorentwurf aussehen könnte. Sie sehen es hier, na höher geht es nicht, aber Sie sehen es ja hier, erster Volksentscheid nach der Wahl. Hier zum Beispiel nur drei von fünf Expertenvorschlägen durch externen Experten Weltrat bzw. Next Scientists for Future. Interne und externe Experten von WIER 2020. Ja, WIER 2020 hat ja einige Experten, externe Experten so, nach denen man sich wohl gerichtet hat, aufgelistet rund um das Wahlprogramm, Landtagswahlprogramm Baden-Württemberg. Und ja, und interne Experten bei die Basis wurden keine externen Experten genannt. Da gehe ich also mal davon aus, dass es sich um die internen Experten der Partei, die Basis gehandelt hat. Und dann wurden die Vorschläge von der Herkunft befreit, also so, dass man, dass die Wähler wirklich nur die Sache entscheiden. Und jetzt könnte dann Folgendes stattfinden, also wir könnten uns das so vorstellen, erst einmal hier unten rechts an dem rundlichen Ding, bitte schneller drehen, weil ich ja so langsam rede. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, stellen Sie sich vor, Sie hätten jetzt hier vielleicht vier verschiedene, also noch, es fehlt eigentlich noch ein externer Reformer vielleicht minimal, vier oder fünf. Und das Blatt wäre sozusagen, bei der Wahl, in der Wahlkabine hätten Sie sozusagen querliegende Blätter, also in Querformat, also nicht in Hochformat DIN A4, sondern Querformat DIN A4. Dann würden da auch vier oder fünf nebeneinander gehen, sozusagen. Und dann, das Ziel wäre natürlich, extrem stark variierende externe Experten hinzuzuziehen, sodass man dann also wirklich eine breite Palette aller Möglichkeiten hat, in allen Extremen sozusagen. Und ja, und dann könnte man die Parteibasis, die ja leider meistens nicht einer repräsentativen Wählerstichprobe entspricht, vorläufig konsensieren lassen, weil die Wähler sicherlich so ein bisschen wissen wollen, Westgeistes Kind sind so, denn die Parteimitglieder, denn denen gibt man ja auch eine gewisse Macht, nämlich auch die gewisse Macht in die Hand. Und deswegen ist es vielleicht für die Wähler auch interessant zu wissen, welch Geistes Kind die sind, also würden die die Parteibasis konsensieren. Und der fettgedrückte Vorschlag ist immer der Vorschlag mit dem geringsten Widerstand, sozusagen dann. Und ja, ich lese mal vor, also man hätte jetzt, also wir stellen uns vor, wir hätten jetzt hier vier bis fünf nebeneinander stehende Vorschläge. Da steht jetzt hier ein Vorschlag zum Thema Gesundheitsreform. Ich lese mal vor. Endlich wird mein Arzt belohnt, wenn er mir durch ein kostenloses Gesundheitsfreizeit- und Wochenendangebot hilft, dass ich durch Immunabwehrstärkung nie Krebs, Herzinfarkt und so weiter bekomme. Von meiner Arztpraxis und oder nichtärztlichen Hausarztersatzpraxis bzw. deren Gesundheitsteam bekomme ich also Physiotherapie, Ernährungsberatung, Gesundheitssport und alles andere gesundheitsförderliche kostenlos angeboten, alles aus einer Hand. Will ich zukünftig den größten Freizeitspaß haben, gehe ich zu meiner Gesundheitskommune. Es werden Statistiken über Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit von uns allen erfasst. Die Belohnung des Arztes richtet sich nach diesen Statistiken. Wer geht dann noch in eine Arztpraxis, die im öffentlichen Ranking weiter unten steht? Naja, hoffentlich niemand mehr, weil er doch nicht zu jemandem gehen möchte, dessen Gesundheitsförderungsleistung und Krankheitsverhinderungswirkung nachweislich sehr gering ist. Ja, es ist unschwer erkennbar, dass dieser erste Vorschlag vom Weltrat, Next Scientists for Future, ungefähr eine Zusammenfassung oder ein Zusammenfassungsversuch ist, seitens der Partei vom Weltrat bzw. den Next Scientists for Future. Und hier der andere Vorschlag, der jetzt mal, nehmen wir mal an, der wäre jetzt konsensiert worden, als der mit dem geringsten Widerstand. Rücknahme der unverhältnismäßigen Corona-Maßnahmen, Reform des Gesundheitssystems mit Beratungs- statt Impfpflicht. Dritter Vorschlag, die Gesellschaft braucht Freiheit in Gesundheit, in Sport. Also die letzten beiden Vorschläge empfinden wir natürlich von den Next Scientists for Future als viel zu wenig. Man kann ein so gewaltig schlechtes Gesundheitswesen nicht mit so wenigen Dingen korrigieren, sozusagen. Das ist viel zu wenig, Schluck Wasser. Und außerdem ist eine zu starke Orientierung, zum Beispiel das Wort unverhältnismäßige Corona-Maßnahmen. Also es würde aus unserer Sicht weniger Konflikte mit den zukünftigen Koalitionspartnern, die man ja noch braucht als freundliche Koalitionspartner, würde es besser anstehen, wenn man einfach sagen würde, wir wenden den Blick nach Weißrussland. Und dort hat man die Winteratemwegserkrankungen ignoriert, wie man genau so behandelt, wie man sie jedes Jahr behandelt. Und auf diese Praxis wechseln wir über. Und damit ist das Thema vom Tisch. Und man geht nicht so in eine Vorwurfshaltung und schafft sich nicht Feinde und Gegner, die man ja noch braucht. Gut, dann lese ich mal vor, wie das aussehen könnte. Wie gesagt, noch ein, zwei externe Experten wären besser. Dann haben wir also hier zweites Volksabstimmungsthema. Presse, Radio, Fernsehen. Wir setzen auf das Wissen und die Erfahrungen einer informierten Zivilgesellschaft. Empfinde ich wieder persönlich als sehr dünn. Unabhängige Medien sind eine unverzichtbare Voraussetzung für eine objektive und freie Meinungsbildung und damit Grundlage aller demokratischen Prozesse. Jeder steuerzahlende Bürger mit der Abgabe seiner Einkommenssteuererklärung kann selber entscheiden, welchen Medienunternehmen ein festgesetzter Anteil seiner Steuerschuld direkt vom Finanzamt überwiesen wird. Ja, da will man also quasi doch ein individuell finanzierte Medienlandschaft haben. Also offensichtlich will man da erwirken, dass jeder so seine Lieblingsmedien unterstützen kann. Und das ist sicherlich schon ein Schritt in eine Richtung einer Demokratisierung der Medienlandschaft, aber wahrscheinlich nicht ausreichend. Entscheidet er nicht, wird sein Anteil auf die zehn meistgewählten Medien seines Bundeslandes verteilt. Die ARD und ZDF Deutschlandradio Beitragsservice Gebühr empfällt. Ja, das ist schon mal richtig, dass man die natürlich wegfallen lassen muss. Medienunternehmen, die von Bürgern ausgewählt werden wollen, müssen ihr Angebot im Internet und Fernsehen kostenfrei abrufbar machen. Ja, damit wir sozusagen dem Ziel dann, wenn die ja Leute ja einmal was überwiesen haben, dass sie dann auch wirklich, dass sie sozusagen an den öffentlichen gemeinnützigen Medien auch teilnehmen. Ja, gut, das wird auch nicht jeder Sender machen. Eventuell, na gut, wird man sehen, ob die das machen. Das ist sicherlich so eine Klippe. Was ist, wenn viele Leute ein bestimmtes Medium mögen, das aber nicht bereit ist, kostenfrei im Internet abrufbar zu sein? Ja, das ist dann wieder so ein Schwachpunkt, das Ganze. Ja, der dritte Vorschlag, die dritte Volksentscheidsalternative. ARD und ZDF werden sofort werbefrei und steuerfinanziert. Neue Werbekunden, kritische Journalisten werden angestellt und bekommen 50 Prozent der Stimmenmacht. Zukünftig werden also in jeder Sendung Experten gleich lange gehört, die beide Seiten beziehungsweise alle Seiten an Meinungen vertreten. Keine einseitige Berichterstattung mehr. Man denke als Positivbeispiele an den Artefilmen Big Pharma, die Allmacht der Konzerne und an Profiteure der Angst. Ja, also hier werden also quasi erst einmal generell ARD und ZDF völlig werbefrei und steuerfinanziert. Hier wird zwar nicht, im Gegensatz zu hier, werden quasi nicht bestimmte Medien nach Wunsch gesponsert, sondern ARD und ZDF werden einfach in wunschgerechte Medien umgewandelt. Nämlich dadurch, dass gegenüber den früheren Werbekunden extrem kritische Journalisten eingestellt werden müssen, angestellt werden müssen und 50 Prozent der Stimmenmacht bekommen, ist auch garantiert, dass sozusagen jede Sendung, weil diese 50 Prozent stimmen, werden natürlich die kritischen Journalisten nur vergeben, wenn alle Seiten und alle Seiten an Meinungen vertreten sind. Ja, wobei man sagen muss, es ist gar nicht so schlecht zu überlegen, ob man nicht wirklich das macht, dass jeder sein Lieblingsmedienunternehmen unterstützen kann, seinen Lieblingssender finanziell unterstützen kann. Das wäre durchaus sozusagen durchaus okay. Dann könnte ja zum Beispiel auch unser Sender gewählt werden von manchen. Ja, so, also von daher gehen würde auch das hier als, kann man durchaus darüber nachdenken, ob man vielleicht eine Fusion aus diesen beiden Vorschlägen machen könnte. Ja, auf jeden Fall gehen beide in ungefähr die richtige Richtung. Ich kann jetzt nicht direkt erkennen, dass dieser Vorschlag hier ein grundsätzlicher Fehler sei, aber wir sind jetzt mal hier spaßeshalber davon ausgegangen, dass jetzt dieser Vorschlag, der vom Weltrat der Next Scientists for Future eine ungefähre Zusammenfassung darstellt, dass der jetzt mal gewählt worden sei. Schluck Wasser. Aber wie gesagt, da könnte man gerne diskutieren in den Internet-Fernsehtalkshows, ob man da vielleicht eine Fusion macht aus den beiden. So, und dann dritter Volksentscheidspunkt, Kinderkrippen und Kindergärten. Partei setzt sich dafür ein, dass der Besuch von Kinderkrippen und Kindergärten vollständig aus Steuermitteln finanziert wird. Eltern erhalten pro Kind und ja, einen Bildungsgutschein, den sie für einen Platz in einer Kinderkrippe beziehungsweise eines Kindergartens einsetzen können. Den haben, der ist jetzt hier spaßeshalber mal als FED, also das wäre der mit dem geringsten Widerstand gewesen, innerhalb der Parteibasis sozusagen, innerhalb des Konsensierens. Und dann wäre hier ein Vorschlag, wo keiner steht, weil da irgendwie von den parteiinternen oder externen Experten kein Vorschlag kam. Deswegen war ja auch die Frage, man kann ja diese vier bis fünf Vorschlagsplätze auch mit denen vollmachen, die überhaupt Vorschläge haben. Das war ja auch ein Vorschlag von dem Mitglied der Partei Wir 2020 EU. Sollte man so machen vielleicht. Und dann hier der Vorschlag, Kinderbetreuung aus Steuermitteln finanziert, auch Betriebskindergärten, Kindersekretärinnen, die also sich mal ums Kind kümmern können und mal Sekretärinnenaufgaben übernehmen können und Ausgleichszahlungen an Arbeitgeber für das Weiterbeschäftigen von Müttern. Karriere und Kinder werden erstmals optimal vereinbar, auch durch hohe Steuerfreibeträge ab Mutterschaft und durch eine vorgezogene Mütterrente. Also gemeint ist mit hohen Steuerfreibeträgen, dass, was weiß ich, zwischen 10, je nachdem wie die Gesellschaft entscheidet, zwischen 10 und 100 Prozent Steuerfreiheit und vielleicht sogar Abgabenfreiheit für Mütter gegeben wird ab Mutterschaft. Also da muss man sehen, ob es nicht nur Steuerfreistellungen sind von, was weiß ich, 10 bis 100 Prozent Steuern, sondern auch die Abgaben, Abgaben freigestellt werden und so weiter, Abgabenbefreiung, also quasi Entlastung der Mütter, damit eben wieder Karriere und Kinder erstmals optimal vereinbar sind. Gut, so, dann, also man sieht hier Gemeinsamkeiten, also sozusagen die Steuerfinanziertheit ist bei beiden Vorschlägen drin, das ist ja hier der Vorschlag von den Next Scientists for Future, soll es ja sein. Ja, dann gehen wir mal weiter. So, ökologische Landwirtschaft, das war jetzt zu viel Sprung, ökologische Landwirtschaft, in dem Fall ist dieser, der spaßeshalber so gekennzeichnet wurde als Fettdruck, als der mit dem geringsten Widerstand durch die Parteibasis, also, so, Supermarkt, Kiosk und Restaurantleiter werden mit Verdienstzuschüssen für nachweisliche Gesundheitsförderungs- und Krankheitsverhinderungswirkung belohnt. Also das entspricht dem Prinzip, dass bei den Next Scientists for Future ja jedes Unternehmen, jeder Betrieb als Teil des Gesundheitswesens verstanden wird. Denn wozu brauchen Sie bitte, liebe Wählerinnen, ein Unternehmen, das nicht Ihr Wohlfühlen, Ihre Gesundheit, Ihre Langlebigkeit oder wenigstens einen Teil davon vergrößert? Wenn es das nicht tut, ist es ja ein für Sie nutzloses Unternehmen. Dann sollte es das auch nicht geben. Also von daher ist das ja eigentlich logisch, dass auch jedes Unternehmen Teil des Gesundheitswesens wird oder beziehungsweise verstanden wird als Teil des Gesundheitswesens und anhand seiner Gesundheitsförderungs-, Wohlfühlen- und Langlebigkeitsförderungswirkung belohnt wird, ja, durch Verdienstzuschüsse. Also, Supermarkt, Kiosk und Restaurantleiter werden mit Verdienstzuschüssen für nachweisliche Gesundheitsförderungs- und Krankheitsverhinderungswirkung belohnt. Die Verdienstzuschüsse werden Sie auch verwenden dafür, dass Sie ökologische Permakultur und ähnliche Produkte billiger anbieten als konventionelle und wahrscheinlich werden Sie gleichzeitig auch eine Ernährungsberaterin beschäftigen, um auf Wunsch die Kunden unentgeltlich zu beraten. Überwiegend Zulieferer hochwertigster Bioprodukte werden berücksichtigt werden. Die gesamte Landwirtschaft wird entsprechend umstellen. Auch hier entscheiden Wohlfühlstimmen, Gesundheits- und Langlebigkeitsdaten der Kunden über das öffentliche Ranking, dass es den Kunden ganz leicht macht, gesundheitsförderliche Leiter, Restaurantleiter, Marktleiter, als Lebensmittelbezugsquelle zu wählen. Da kann also auch zum Beispiel ein Ökomarkt aufgeführt werden, wie bei uns hier in Köln. Zweiter Vorschlag. Nachhaltig arbeitende landwirtschaftliche Betriebe vermeiden durch den Verzicht auf chemisch-synthetische Dünge und Pflanzenmittel durch extensive Tierhaltung, regionale Herkunft von Betriebsmitteln, Verwendung von samenfesten Sorten etc., negative externe Effekte der Landwirtschaft. Ja, das wäre mir jetzt wieder persönlich viel zu wenig. Ja, wo ist da die gemessene und bewiesene Gesundheitswirkung der Landwirtschaft? Diese Landwirtschaft kann ja immer noch gesundheitsschädlich sein. Was ist da mit der Ursortenrückzüchtung? Was ist damit, wenn die Sortenauswahl schlecht ist und nicht gesundheitsförderlich ist? Also das ist für mich sozusagen bei weitem nicht ausreichend. Also wo ist die Messung der Gesundheitswirkung, der Wohlfühlenswirkung und der Langlebigkeitswirkung derart erzeugter Produkte? Die ist nicht gegeben und damit ist das ein aus meiner Sicht unzureichender Vorschlag. Die Natur stellt unsere unverzichtbare Lebensgrundlage dar. Wir sind deshalb nicht nur moralisch zu einem respektvollen und nachhaltigen Umgang mit ihr verpflichtet, Wir setzen uns daher für Umwelt- und Tierschutz sowie für die Umstellung der Landwirtschaft auf nachhaltigen ökologischen Landbau ein. Das ist der unkonkreteste Vorschlag, der wäre jetzt hier konsensiert worden, aber ich hoffe, dass das wirklich keine Parteibasis konsensieren würde sozusagen, weil das ist eigentlich nur Worthülsen. Das sind nur moralische, gut klingende Worte, die nichts sagen. Da könnte alles dann gemacht werden und nichts. Und dann klingt das hier nach einem NGO-Programm ein, also nach einer Nichtregierungsorganisation, die quasi Propaganda macht und Gehirnwäsche macht, um möglichst viele Spenden sammeln zu können für Umweltschutz und Tierschutz, also die Tiere, die Umwelt, die Natur, die Weltbürger, die Welt retten. Also alles retten, nur nicht die Wählerinnen. Also das klingt hier so nach den üblichen Werbeformulierungen, mit denen die NGOs Werbegelder einwerben, indem sie auf die moralische Trüse drücken, so ihr seid doch wohl auch alle für Türschutz und für Umweltschutz, also spendet uns, damit unsere Geschäftsführer fürstliche Gehälter haben und bekommen und so weiter. Also und die Umstellung auf der Landwirtschaft auf nachhaltigen ökologischen Landbau wäre mir wiederum viel zu wenig, weil eben da wieder nicht die Messung der Gesundheitsdaten, der Langlebigkeitsdaten und der Wohlfühldaten, also wer sagt uns denn, dass das, was ökologischer, nachhaltiger Landbau heißt, dass der meiner Gesundheit gut tut, meiner Langlebigkeit gut tut und meinem Wohlfühlen gut tut. Das ist ja überhaupt nicht gesagt. Es kann ja sein, dass einfach hier ein Wortetikett drangehängt wird und am Ende etwas total Schädliches gemacht wird. Also Sie sehen, wenn man das dann also diskutieren würde in Talkshows, dann hoffe ich natürlich, dass man sich für diesen konkreten Vorschlag der Next Scientists for Future entscheiden würde. Ja, so wäre also der erste Volksentscheid. Ja, das wäre also der erste Volksentscheid nach der Wahl. Genau so müssten Wahlprogramme geschrieben werden. Das wäre also ein Muster, vielleicht mit vier, also im Querformat, vier bis fünf Spalten. Einige externe Experten, einige parteiinterne Experten und dann das vorläufige Konsensierungsergebnis, damit die Wähler sehen können, welches Geistes Kind die Parteibasis ist. Und dann können die Wähler nach der Wahl dieser Partei dann in einem Volksentscheid sozusagen selber das letzte Wort haben. Und das ist doch schon mal sehr demokratisch. Und wenn man da noch die anderen Elemente der Demokratisierungskette der Next Scientists for Future dazu nimmt, nämlich hier, wo ist die Demokratisierungskette, neben den bisherigen Wahlen also nicht nur Volksentscheide dazu nimmt, sondern Wohlfühlstimme, die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide und die parallel dazu gestalteten Demokratie pur freier Argumente-Plattform-Talkshows in ARD und ZDF und so weiter oder in allen Medien. Ja, das wäre jetzt zum Beispiel jetzt ein Nachteil der Lösung, wo jeder sein eigenes Medium bezahlt. Die Frage ist, dann müssten ja alle diese Medien auch diese Demokratie pur Talkshows gestalten. Und das ist halt einfacher, wenn es eine Demokratie pur Talkshow täglich gibt von ARD und eine von ZDF. Und denn dann hat es der Bundeswahlleiter leichter, natürlich dort die Bewerber zuzuteilen, denn wahrscheinlich sollte man das alles über den Bundeswahlleiter laufen lassen, weil der ja sowieso für die Vorwahlen-Mini-Volksentscheide sowieso dann gucken muss, dass wer möchte dann wirklich auch, wem reicht es, nur bei den Talkshows aufzutreten und wer besteht dann darauf, auch vor den Vorwahlen-Mini-Volksentscheiden aufzutreten und so die Politik dann ganz konkret herauszufordern. Und ja, also von daher, man kann sagen, auf jeden Fall haben die Next Scientists for Future eine große Palette von Demokratisierungsmaßnahmen, die also sozusagen letztendlich da wirklich große, ja echte Demokratie bringen und so, dass wir WählerInnen zum ersten Mal das Sagen haben und nicht mehr die Konzerne und ihre Lobbyisten, die haben dann nichts mehr zu sagen. Ja, dann gehen wir mal wieder hier zurück. Was haben wir denn noch so an? Kurznachrichten. Ja, jeder darf im Modell der Next Scientists for Future maximal zwei Hausarzt-Ersatz-Teams haben, weil einer könnte ja sein, dass es ein Spezialist für psychologisches und Redekontakte ist und der andere eher so der Hausarzt, der dann durchaus auch mal vielleicht mit einem Medikament arbeitet, also durchaus maximal zwei Teams und deren Veranstaltungen darf man dann natürlich auch alle kostenlos besuchen. Dann müsste man über die Karte, kann ja registriert werden, indem die Karte immer an ein Eingangsgerät gehalten wird, so ähnlich wie bei den Fitnessstudios, kann ja registriert werden, zum Beispiel, dass man sich bei Team 1 80 Prozent der Betreuung geholt hat und bei Team 2 20 Prozent der Betreuung und entsprechend können dann auch die Verdienstzuschüsse sozusagen verteilt werden auf die zwei Hausarzt-Ersatz-Teams sozusagen. Ja, zum Beispiel auch jeder, der sich in einem Alten- und Pflegeheim befindet, befindet, der hat ja dann sein Hausarzt-Ersatz-Team, Pflege- und Altenheim-Team sozusagen und der kann sich dann eben noch ein externes Team auch noch wählen. Ja, das ist doch in Ordnung. Ja, dann hat man das Angebot des Alten- und Pflegeheims zur Verfügung und auch noch einen externen Anbieter zur Verfügung. Ja, und dann, vielleicht sollten wir das Arbeitsamt also umbenennen in Amt für Arbeit, Vollbeschäftigung und Wirtschaftsförderung. Und die Mitarbeiter, die sprechen dann zukünftig mit allen Bewohnern ihres Bezirkes über das Thema Arbeit. Alle die Personen, die durch die neue Gesellschaft immer gesünder werden und auch all die Rentner, die immer fitter werden und denen es wieder in den Fingern juckt, sozusagen mal wieder ein bisschen aktiv zu werden, können ja langsam wieder einsteigen und sodass es so etwas gibt, wie man hat gegenüber dem Arbeitsamt, gibt es eine Beratungspflicht. Ja, die gibt es, aber keine Arbeitspflicht. Also Beratungspflicht ja, Arbeitspflicht nein. Also da kann dann der Arbeitsamtmitarbeiter werben dafür, dass es doch Spaß machen kann, mit netten Leuten irgendwo wieder berufstätig zu sein und mitzuziehen, an der Gesamtgesellschaft mitzuhelfen und selbst wieder ein nützlicher Teil der Gesellschaft zu sein und so weiter. Ja, und ich meine, wenn da der eine oder andere Arbeitsamtmitarbeiter doch wirklich so die Leute nochmal auch so ein bisschen an ihre Pflicht, nicht nur zu nehmen bezüglich der Gesellschaft, sondern auch zu geben erinnert, dann ist das, finde ich, durchaus in Ordnung. Ja, denn am Ende eine Arbeitspflicht wird es ja trotzdem nicht geben. Ja, also die Freiheit im Zweifelsfall, dass dann der Mensch sagt, ich mache sozial wertvolle Arbeit da und dort und bitte erkennen Sie das an, dass ich das mache und deswegen nicht jetzt noch eine kommerzielle Arbeit machen möchte. Das wird dann durchaus akzeptiert. Und wie gesagt, es gibt dann auch im System der Next Scientists for Future diesen Zwang zum Arbeiten nicht. Aber es gibt ja noch ein anderes Mittel. Die Next Scientists for Future haben natürlich dann das Mittel noch, dass parallel zu diesen Beratungsgesprächen vielleicht schon die ersten 10% an Kürzung bei Hartz IV oder einem kleinen bedingungslosen Grund oder einem entsprechenden bedingungslosen Grundeinkommen, dass dann schon das beginnt, was die Next Scientists for Future eigentlich erst für später vorgesehen haben. Aber wenn die Leute dann sehen, Aha, jetzt habe ich einen Beratungstermin mit meinem, mich besucht mein zuständiger Mitarbeiter des Amtes für Arbeit, Vollbeschäftigung und Wirtschaftsförderung. Ja, und spricht zum Beispiel auch mit einem Betrieb und sorgt dafür, dass der nicht, dass der vielleicht ein bisschen unterstützt wird, damit bestimmte Arbeitsplätze nicht verloren gehen. Man muss da schon aufpassen. Man darf natürlich nicht versuchen, dass da nicht überlebensfähige Unternehmen gerettet werden. Aber wenn es irgendwie nur um Kleinigkeiten geht oder so oder wenn nur gerade ein vorübergehender Engpass ist, da kann man dann auch schon mal ein kleines Unternehmen ein bisschen unterstützen seitens des Arbeitsamts, des Mitarbeiters, des Amtes für Arbeit, Arbeit, Vollbeschäftigung und Wirtschaftsförderung und kann da mal eine kleine Wirtschaftsförderung investieren, die man ja dann auch wieder zurückkriegen sollte in den Etat, in den eigenen Etat des Mitarbeiters. Ja, aber da kann dann auch den Personen, die bis jetzt noch nicht arbeiten, eben auch noch mal mitgeteilt werden. Hier, hoppla, Sie wissen ja auch, dass im nächsten Monat dann das beginnt, dass die 10% pro Monat der Rückbau von Hartz IV stattfindet, also das Gesundschrumpfen von Hartz IV, das ja die Next Scientists for Future als viel zu verwöhnungsmäßig bezeichnen, also liebe Wählerinnen, wir sagen Ihnen die Wahrheit als Einzige, da wir ja nicht voll sind von den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten und Arbeitsamtmitarbeiter im jetzigen Stile, die natürlich dann die größten Karrieren machen, wenn es immer mehr und immer, wenn es viele Millionen Arbeitslose und Dauerarbeitslose und Langzeitarbeitslose gibt, daran wir von den Next Scientists for Future sind ja von solchen Interessenslagen völlig frei und sagen Ihnen als Einzige die Wahrheit, das jetzige Hartz IV ist eine riesige, großzügige Überverwöhnung und damit ein Festhalten der Arbeitslosen in der Arbeitslosigkeit, weil sie damit eigentlich sozusagen ja letztendlich jeden Tag Party feiern können mit dem, was sie da und das auf Kosten aller arbeitenden Menschen und Sie, liebe Wählerinnen, die ja großenteils arbeitende Menschen sind, ich weiß nicht, ob Sie, wenn Sie genau verstünden, wie sehr verwöhnend dieses Hartz IV ist, ob Sie dann überhaupt noch bereit wären, da dieses zu tolerieren und mitzuspielen. Ich glaube, Sie würden dann so, wie die Next Scientists for Future sagen, ja, wir müssen dann in zehn Prozent Schritten das Ganze runterkürzen bis auf ein gesundes Maß, ja, also unser Beispiel heißt für eine erwachsene Person maximal 50 Euro im Monat für gesunde Ernährung, damit kann man sich kerngesund und pappsatt ernähren sozusagen und die ganzen Luxusspielereien, die wollen Sie, liebe Wählerinnen, doch wohl nicht finanzieren, ja. Und dann wissen also sozusagen auch die, die gerade Besuch bekommen vom Arbeitsamt und wo die Beratungspflichttermine stattfinden sozusagen, dann wissen die, ja, hoppla, vielleicht sollte ich das Angebot des Arbeitsamts, des Mitarbeiters, des Amtes für Arbeit, Vollbeschäftigung und Wirtschaftsförderung vielleicht aufgreifen, denn wenn das in zehn Prozent Schritten jetzt immer weiter runtergeht, dann wird es vielleicht doch nicht mehr so hängemattenmäßig und dann kann ich doch nicht mehr jeden Tag die große Party feiern auf Kosten der Gemeinschaft und der Gesellschaft, dann sollte ich vielleicht doch arbeiten gehen, ja, denn man bekommt ja dann auch erst einmal alles, was man selbst verdient, auch netto zugezahlt, also man verliert erst mal das Hartz IV nicht, aber gut, das wird jeden Monat zehn Prozent niedriger und bis zu einem bestimmten Minimum. Was allerdings dazu käme neu, wäre die neue Rechtsschutzversicherung für alle, so wie Krankenversicherung, jeder wird rechtsschutzversichert kostenlos. Ja, und dann werden sich doch viele überlegen und je mehr diese zehn Prozent Kürzung von Hartz IV voranschreitet, desto mehr werden sich dann doch an den Arbeits-, ihren Arbeits-, ihren Mitarbeiter des Amtes für Arbeit, Vollbeschäftigung und Wirtschaftsförderung wenden und dann doch eben arbeiten gehen. Ja, bei NGOs wie Fridays for Future geht es eventuell ja gar nicht um Problemlösung. Vielleicht war der Fehler der Next Scientists for Future, dass sie viel zu viel gutgläubig und naiv waren und unterstellt haben, es ginge wirklich um ein klimaneutrales Deutschland bei Fridays for Future. Vielleicht ging es von Anfang an nur darum, wie man Menschen manipulieren kann, dass sie größtmögliche Spendengelder locker machen und auf Konten einzahlen und an denen man sich dann bestmöglich bereichern kann auf Kosten der Opfer, ja, der spendenwillig gemachten Opfer sozusagen. Vielleicht ging es nur um dieses, die Erhaltung, vielleicht geht es wie bei allen NGOs, eigentlich ging es von Anfang an nur um die Problemerhaltung, denn nur wenn ich das Problem erhalte, dann kann ich ja ein Maximum an Spenden erzielen, ja. Das erinnert mich an den öffentlich-rechtlichen Fernsehbericht, der ganz klar zeigte, dass eine NGO Kinder künstlich in den Status von Waisenkindern versetzt hat, um damit an die Spendengelder derjenigen ranzukommen, die bereit waren, viel Geld dafür zu zahlen, dass sie dann vermeintlich echten Waisenkindern helfen können. Dabei wurden diese Kinder den Eltern nur weggenommen, damit man eben diese Spendengelder erschleichen kann sozusagen. Und vielleicht sind NGOs immer so aufgebaut und vielleicht war es ein Fehler, Fridays for Future oder Scientists for Future überhaupt ein echtes Interesse an einer Problemlösung zu unterstellen, sondern man hätte gleich wie bei jeder anderen NGO auch unterstellen sollen, dass es immer nur um Problemerhaltung oder gar Problemvergrößerung geht, weil eben nur so ein Maximum an Spendengeldern erzielbar ist, die man dann abgreifen kann, ja. Und vielleicht müssen wir wirklich sagen, alle NGOs sind gleich eventuell. Es geht allen nur darum, die Bürger spendenwillig zu klopfen, so lange mit der moralischen Keule auf den Bürgern, auf den WählerInnen herumzuklopfen, bis die spendenwillig geklopft sind und dann Spendengelder überweisen. Und dafür müssen die Probleme so groß wie möglich erhalten werden. Wir haben uns ja immer so gewundert, warum so wenig Interesse und Nachfrage daran ist bei den NGOs nach den Lösungen der Next Scientists for Future. Ja, weil Lösungen des Problems der größte Feind der Spendengelder, des Spendengelderaufkommens sind, ja. Sondern man muss ja die Probleme erhalten und deswegen darf es und soll es keine Lösung, wie die Lösungen der Next Scientists for Future, das soll es nach Möglichkeit ja gar nicht geben. Und deswegen redet man auch gar nicht ausführlich mit denen, weil dann ja die Spenden verschwinden würden, wenn das Problem gelöst wäre. Also wir müssen genauso wie beim Medizin-, Impf- und Pharmaindustrie-Problem, also Schluckwasser erst mal. Genauso wie die Impf- und Pharmaindustrie und Test- und Maskenindustrie sich kein Stück für die Immunstärkungsmaßnahmen der Next Scientists for Future interessiert, also wie man die Immunabwehr so stärkt, dass alle Winteratemwegserkrankungen nur noch ein verschwindend kleines Problem darstellen würden, ja, das interessiert niemanden bei denen, weil man ja sonst nicht mehr einen maximalen Verkaufserfolg an Impfungen erzielen kann. Ja, und genauso ist es vielleicht bei allen NGOs, auch Fridays for Future und Scientists for Future von Anfang an gewesen, dass es immer nur darum ging, möglichst viel des Problems zu erhalten, weil nur so ein Maximum an Spenden erzielbar ist. Vielleicht haben wir wirklich den Fehler gemacht, dass wir dachten, dass diese NGO Fridays for Future irgendwie eine nicht kommerzielle wäre. Vielleicht war sie aber von Anfang an als kommerzielles Spendenerzielungsgeschäft angelegt und wir waren naiv als Next Scientists for Future und gutgläubig, ja, das müssen wir vielleicht zugeben. Ja, aber jetzt sind wir ja nicht mehr so naiv. Wir sehen ja jetzt die Schädlichkeit all dieser NGOs jetzt ganz deutlich, ja. Aber das war sicherlich nicht leicht, weil man ja so naiv denkt, Greenpeace und Bund und NABU und so weiter, das seien alles irgendwie gemeinnützige, menschenfreundliche Organisationen. Vielleicht sind das alles nur in Wirklichkeit Spenden geile Problemförderer und Problemerhalter, die die Probleme sogar noch vergrößern, um so noch mehr Spenden zu erzielen zu können. Ja, also das muss man sich nochmal klar sein. Gut, auch wir Next Scientists for Future müssen also dazulernen. Und ja, so, jetzt zeige ich noch kurz den Ausstieg. Wir befinden uns ja jetzt auch wieder hier in einer, in einem Google Meet Talkshow Meeting. Hier würden Sie dann also jetzt, jetzt würde ich die Präsentation beenden. und Sie würden jetzt also hier sozusagen, ja, letztendlich hätte ich jetzt die Präsentation beendet und Sie würden jetzt alle Talkshow-Teilnehmer, da können Sie sich auch bewerben, telefonisch bitte anrufen bei nextscientistsforfuture.de und dann können Sie mittalken. Am Freitag ist ja die nächste Talkshow, wo wieder das Konzept ist. Ja, wo ist das Konzept hier? Wie heißt es dann am Freitag wieder, Freitagabend wieder? Die wissenschaftliche Tagesschau heute, Demokratie-Pur-Talkshow, freie Argumente-Plattform, die Basis wir 2020, FRAG-Partei, Parteimitglieder und WählerInnen befragen, Experten, Schrägstrich Reformer, Interne und Externe, zu besserem Wahlprogramm mit Potenzial 56 Prozent. Ja, das Dilemma dabei ist, ja, wo es sind, ja, dass diese Talkshows müssten ja eigentlich in allen Großsendern stattfinden. Punkt Preradovic, KenFM, überall müssten solche Talkshows stattfinden und bis jetzt geschieht es nicht. Das bedeutet, dass eigentlich alle alles dafür tun, dass alles so weiterläuft, denn vielleicht sind auch die meisten Internet-Fernsehsender daraufhin angelegt, dass es darum geht, die Probleme zu erhalten, weil es dann einfach mehr spendende Kunden für die Internet-Fernsehsender gibt und sie sozusagen damit am meisten Geld verdienen, indem die Probleme bestehen bleiben und nicht gelöst werden. Vielleicht ist das auch das Rätselslösung, dass alle in unserer Gesellschaft so nach dem Prinzip funktionieren, wie kann ich möglichst viel Geld abgreifen von den WählerInnen, dass es immer nur darum geht, wie kann ich möglichst viel Geld aus dem großen Kuchen, hier ist er, noch mal zur Erinnerung, der große Kuchen, ja, das ist der große Kuchen, hier am Rande sitzen die ganzen Sparten und vielleicht auch die Internet-Fernsehsender und die NGOs, die würden jetzt mal hier sitzen und die wollen natürlich so viel Geld rausschlagen aus ihnen, aus dem gesamten Kuchen, der aus allen anderen Sparten und den nicht Sparten zu gehörigen WählerInnen besteht, sozusagen, herausschlagen und vielleicht geht es auch beim Internet-Fernsehen gar nicht und niemals um eine bessere Gesellschaft, sondern um die Erhaltung einer schlechten Gesellschaft und nur um ein Klagen darüber. Wir haben uns ja schon immer gewundert, warum sich die Journalisten nicht für Lösungen interessieren, sondern immer nur um das Klagen. Also die WählerInnen haben in ihren Kommentaren ja uns so sehr gelobt dafür, dass wir ja Lösungen bringen und nicht nur klagen und jammern über die Missstände und wir haben uns so gewundert, warum die großen Sender eben gar kein Interesse zu haben scheinen, auch die großen Internet-Fernsehsender kein richtiges Interesse haben, über Lösungen zu reden, vielleicht, weil dann ja ihre Geldgrundlage weggeht, ihre Grundlage, die WählerInnen zu schröpfen, besteht vielleicht darin, dass alle gesellschaftlichen Probleme erhalten bleiben, genauso wie die NGOs, dass die ganzen Umweltprobleme erhalten bleiben, damit man mehr Spendengelder kriegt und vielleicht ist das Motiv bei den Internet-Fernsehsendern identisch, keine Ahnung, könnte auch sein, dass wir alle aufhören müssen, das Ganze naiv zu betrachten, sondern überall geht es nur darum, dass man sie, liebe WählerInnen, abkassieren möchte, dass man sie einfach sozusagen abkassieren möchte und mehr nicht. Vielleicht geht es nie um etwas anderes, außer beim Weltrat, den Next Scientists for Future. Da garantiere ich Ihnen, da geht es nicht darum. Da geht es um glücklicheres Leben, ein gesünderes Leben, da wollen die Next Scientists for Future vom Weltrat, wollen selber, nur für sich und ihre Urenkelkinder, ein gesünderes, glücklicheres, längeres und reicheres Leben. Also, es geht nur darum, wie kann mein Leben viel gesünder, länger, reicher, glücklicher werden. Und da sind wir wohl vielleicht die Einzigen auf der Welt. Liebe Zuschauer, vielleicht sind wir die Einzigen, denen es nicht darum geht, sie nur abzukassieren, sondern bei denen es ernsthaft um ihr eigenes glücklicher werden geht und das glücklicher werden aller geht und nicht um ein Abkassieren und Abzocken von Ihnen, liebe WählerInnen. Ja, das war es dann wieder mit dieser wissenschaftlichen Tagesschau. Winke, winke. Also, da sind wir hier. Tschüssi, bis bald. Jetzt müsste es doch hier abschaltbar sein. Ja, tschüssi, bis bald. Tschüssi, bis bald. Tschüssi, bis bald. Tschüssi, bis bald. Vielen Dank.